Hallo Freunde, herzlich willkommen zum ersten Video auf TJJ Gaming, yay! Mit dabei bin ich, Tim und Julian. Und ja, Yannick ist auch noch dabei. Wir spielen Minecraft, aber Yannicks Mikrofon geht nicht so gut. Wir spielen erstmal eine Runde Murder. Murder Mystery, so. Ich muss kurz gucken, ob... Ja, alle sind drin. Da ist Yannick. Okay, Rolle unschuldig. Doch, darf ich? Hey, ja, was bist du? Jetzt ist das große Hindernis. Wir wissen nicht, was Yannick ist. Oh. Wo ist Yannick? Nö, ich leb noch. Yannick Gamer 4. Oh, jemand wird mich grad töten. Oh. Ey, hier liegt Yannick. Hier liegt Yannick. Flut. Wie sieht der aus? Wie sieht der aus? Ah, hier ist einer. Hallo? Okay, der ist nicht Mörder. Sag einfach, wie der heißt. Äh, wenn du da, wo die zwei Pfeile sind, aufeinander gehst. Ah. Okay. Wo bist du gestorben? Ja, wo? Ja. Wo ist der Mörder? Mörderer. Ja, wo ist der Mörderer? Ey, ich bin grad bei deiner Leiche. Ich glaub, der ist im Hauptraum jetzt. Ja. Come on. Ja, warte. Wir nehmen den Server einfach danach. Ja. Jannick ist einfach, glaub ich, als einer der Ersten. Okay, wir sagen mit, okay? Ich bin hier auf dem Braunauto. Okay. Wir sagen, was wir sind. Unschuldig. Ich fahr erst mal nur ohne Achterbahn. Ja. Okay, ja. Wir haben uns noch gar nicht richtig vorgestellt. Ah, das ist so laut. Wir haben uns noch gar nicht richtig vorgestellt. Also, äh, ich bin, ja, äh, hab selber einen YouTube-Kanal. Den findet ihr jetzt oben beim i. Ja, da kommt ihr zu meinem YouTube-Kanal. Äh, Julian und Janik haben beide, glaub ich, keinen YouTube-Kanal, oder? Nö. Ja. Ja, check meinen YouTube-Kanal ab. Ich laufe rum. Ey, hier ist Janik. Hier ist Janik. Ah. Keine Ahnung. Nö. Ich hab nur dieses Dings gehört. Dieses Kraxen. Von dem Mörder. Du gewinnst. Warst Janik? Nö. Ich weiß, wo du meinst. Zehn Deutschschuss. Weiß ich nicht. Ah, hier. Wir können ja danach dann in eine Runde Dings gehen. Bad Wars. Ey, hier bist du. Ich bin unschuldig. Ich hab grad dieses. Alter. Mein Spiel ist verdammt laut. Okay. Hi. Schön. Ey, wir verstecken jetzt alle an derselben Stelle, okay? Hier rein. Hier. Ey, Janik ist Detective. Janik ist Detective. Warte, wir gehen, wir gehen zu Janik. Wir gehen zu Janik. Ich übersteuere zwar grad ein bisschen, aber... Warte. Ja. Du meinst es hier. Hey, das bringt da nichts. Ey, nice, bro. Nicht so viel. Ich bin bei Janik. Ey, das ist da. Brr, Janik. Brr. Hast du ihn getötet? Oder hast du einen Bogen? Tot, tot. Janik und ich liegen ineinander. Okay. Okay. Da, 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 da. Da, 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 da. Ah. Okay. A bet for Skywars. Your bet was. Okay. Ich mach das. Bet was. Wir spielen Dreier-Teams, ne? Ich hab... Ja, müsstest du. Äh, Janik? Ja, du bist drin. Ja. Äh. Let's go. Nein, wir sind nicht... Oh, doch, wir sind mit Janik. Ey, was gab es dir alle hier? Ja, äh, Leute, unsere Taktik ist, äh, einer bleibt in der Base, der andere, Janik und ich gehen in die Mitte. Also, Jura bleibt in der Base. Ich bin der Beste im... Äh, Bigs. Ey, gib mal bitte acht Eisen oder sowas. Hab ich schon. Ich hab schon acht Eisen. Bau doch mit das Bett ein. Ey, wenn wir zwei Dia-Inseln haben, dann kriegen wir übelst schnell Dias. Scheiße, mir fehlen ein paar Blöcke. Ah, Janik, ey, die bauen sich zur gelben Insel. Die bauen sich zur allen Insel. Die gelben. Und die können darüber uns angreifen. Warum kommst du dir gut, ist er quippt? Nein, ist egal. Ey, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei der Dia-Insel. Okay. Ey, Janik soll zur Unterstützung kommen. Ich bin tot. Ich bin tot. Hallo? Ich bin tot. Hallo? Als Opfer. Okay. Ey, ich bin bei der anderen Dia-Insel. Ich bin bei der anderen Dia-Insel. Gar keine, glaube ich. Ah! Ich werd gebackt. Ich werd geportet. Mann, Janik, Alter. Klaut ihr mir einfach mal die Dias. Was ein Kek. Was machst du? Ja, warum? Ich brauch sieben Gold. Ey, Janik hat It's a Trap gekauft. Was? Okay. Pfeile. Wie viele? 16. Okay. Ich kaufe jetzt ein besseres Schwert. Ich hab ein Eisenschwert. Ey, wartet mal kurz. Ich muss kurz ein Dix automatisches Spring ausstellen. Weil das ist echt der letzte Scheiß. Ich hab den Eil getroffen. Ich hab den Eil getroffen. Noch mal. Noch mal. Noch mal. Okay. Überleben müssen wir jetzt. Ich hab noch zwei. Ja. Boah. Ich sitz gerade so scheiße hier. Beim Stuhl. Hier liegen Dias. Ah, ich muss sich kurz umsetzen. Ah. Hey, Janik ist. Janik ist tot. Ey, ich hab noch 30 Eisen. Ich hab noch 30 Eisen. Ich kaufe mir mal Rüstung. Hier, dauerhafte. Ich brauche zwei Eisen mehr, um das zu kaufen. Laut dem Shop. Ich hab mir dauerhafte Rüstung gekauft. Aber nur Ketten. Warte, ich geh. Ey, wusstest du, die haben das Schießen verändert? Das Schießen. Ich hab drei Stück. Hallo. Ich hab drei Stück. Ist unser Bett eigentlich kaputt? Also, du müsstest das Ganze mit explosiv sicherem Glas einbauen. Kleiner Typ. Schon wieder. Ey, du hast ein Schild, ne? Bei mir hat's grad saugeleckt. Die haben das... Ich brauch Pfeile. Janik ruf da. Aus Versehen hat er, glaub ich, angerufen. Ich kaufe jetzt mehr als ein Steckpfeiler, glaub ich. Äh, nicht Rüstung. Ich bin dumm. Ich hab 56 Pfeile. Was denn? TNT Boost? Ey, mein Pfeil fliegt sau... ...schlecht. ...oder? Man hört mich zweimal. Glaub ich. Hallo? Julian? Ach so. Ah! Ich wär beinah runtergefallen. Ich hab noch 5 Dias. Ich hab noch 5 Dias. Ja, ich hab Schadenbekommen. Okay. Ich hab 1 Steck, 37 Pfeile. Brauchst du ein paar? Natürlich. Blau kommt nicht. Oh, ich hätte den fast getroffen. Da hat nur noch 1... Äh, doch. Aber... Also, ich habe... 1, 2, 3, 4, 5... Ich hab fast 8 Stecks Wolle. Habe ich mir alles gekauft. Bei Netto Markendiscount. Brauchst du ein bisschen Wolle? Von Gelb! Lass Gelb auslöschen! Komm! Okay. Alter, wie teuer ist bitte Edstone? Äh, doch. Du bist, glaub ich, einfach nur... Äh, aus der... Aus der Lobby rausge... Geflogen. Bist du jetzt Spectator oder nicht? Ja. Äh, das sieht man ja eigentlich, äh, wenn... Ich hab die geschickt, Junge. Hä, warum kann ich keine Blöcke... Ich kann keine Blöcke setzen. Hä, ist das ein Bug? Warum kann ich da drin keine... Ich kann keine Blöcke setzen. Ah, jetzt. So. Ey, weißt du was? Ich mach jetzt einfach den hier. Julian! Julian! Und dahinter können wir ja noch ne Schicht Edstone machen. Äh, ja. Können wir. Ja. Okay. Ja, bin fertig mit der Mauer. Sitzen, kleiner Tim. Schau dir mal den Tim an, wie der Tim tanzen kann. Ich weiß, ich kann gut... Ey! Blau kommt, blau kommt! Ich schieß dir ab. Ich hab hier einer. Zwei, zwei. Okay. Warte. Warte, geh einfach auf den Block hier. So, wir brauchen den Schmerzschutz. Ja. Er ist runtergefallen. Ja. Ja. Hä, mein Bogen schießt so nicht weit. Ey, wie komm ich rein? Ja, mach das mit hinter die Mauer. Ey, ich hab mir einen besseren Bogen gekauft. Mit Stärke. Ja, der kann nur zugucken. Ey, ich kann gar nicht weit schießen mit dem Bogen. Ja, die haben das verschlechtert. Ey, du triffst sie da nicht. Du triffst sie da nicht. Du triffst sie da nicht, Julian. Ey, ich hab eine... Ich hab Errungenschaft freigeschalten. Ich brauche keinen Bits. Hab ich freigeschaltet. Warum kann man hier keine Blöcke setzen? Hier oben. Hä? Wie viel kostet explosionsgeschütztes Glas? 12 Eisen. Hä? Ich hab mir... Ich kann mir sauviel davon kaufen. Ich hab mir einen halben Stack davon gekauft jetzt. Blast, Ruf, Klaas. Ja, aber wir bauen erstmal hier weiter. Ich baue... Ich bin grad da, baue unsere Bauer zu... ...stärken. Wenn man das so sagen kann. Bist du runtergefallen? Bist du runtergefallen? Äh... Spraydose? Nein. Hier. 50 Eisen. Ey, warte, 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 warte! Das ist explosionsgeschützt. Von ausgelöst! Ah, ich auch. Wir sind jetzt schon bei 25 Minuten. Wir brauchen nicht schneiden. Wir brauchen nicht schneiden. Ey, Jannik ist drinnen. Yeah! Ey! Was geht vorher bei der... So wie du. Du bist PvP-Nut, ne? Ja. Hauptamt. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Ich bin ein Noob, heißt es. Vor allen Dingen, wir müssen es besser einbauen. Ich bin schon dabei. Janik baut weit... Bau weiter. Snicken! Ja. Ey, bei mir ist der eine unsichtbar. Der gelbe. Der gelbe ist bei mir unsichtbar. Der eine gelbe war bei mir grad unsichtbar. Okay, ich hab drei Dias. Was soll ich mir kaufen für die Dias? Schatten es? Das kostet acht. Ich habe grad mal drei. Nö. Was macht der, Jannik? Ah, der buchtet sich ein. Ich kann mir It's a Trap, glaube ich, holen. Wie viel kostet It's a Trap? Hast du nichts da drin? Achso, ich dachte grad, du hättest dich da drin eingebaut. Ich schuldet ein Dias in die Truhe. Ja. It's a Trap kostet doch ein. Ey, ein Gelber kommt! Gegner! Leute! Hab ihn! Warum bekommst du immer die Kills, Alter? Das nervt voll! Alter, das nervt voll. Du kriegst immer die Kills. Was denn? Gib her. Warum hast du's auch bei dir so dunkel? Was denn? Ey, Gelb wird von, äh, blau attackiert und rot. Alle gehen aufeinander! Einbunkern, einbunkern, einbunkern. Danach werden alle zu uns gehen. Ey, wir haben drei. Wir haben drei Dias. Warum kriegt ihr immer diese Scheiß-Kills, Alter? Das wird er wahrscheinlich schon kapieren. Doch. Ja, betont. Okay. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ja. Tschüss. Tschüss, Julian. Sag Tschüss. Ja. Das war's. Und. Ja. Tschüss. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.